Beim Nautilus Fenster als Browserfenster gibt es eine Adressleiste, wo es ganz links einen Button gibt, wo man wählen kann zwischen den Knöpfen und dem Eingabefeld. Standard sind die Knöpfe. Möchte man als Standard das Eingabefeld, geht man wie folgt vor. Man klickt auf Anwendung, Systemwerkzeuge, Konfigurationseditor, macht einen Doppelklick auf Apps, einen Doppelklick auf Nautilus, einen Klick auf Preferences und setzt ein Häkchen beim Schlüssel Always Use Location Entry.